Man liebt nicht nur den schlichten Typ, den Gretchen oder nichten Typ, schreibt nur nicht gleich, oh yeses, man will auch mal was Kesses, wie man nicht nur für Wiese schwärbt und nicht nur für Gemüse schwärbt, will man auch mal was anderes, was leichteres und mit andres. Man will doch auch zum Portischmal ein Ei, ein leicht Verlorenes, zum Nachmisch hat man frei die Wahl ein bisschen Unverfrorenes. Eine kleine Platinblonde, eine kleine Titianrote, bringen in die Liebe immer eine ganz besondere Note, etwas raffiniert, etwas kompliziert, ein bisschen sehr erotisch, etwas stark betont, etwas ungewohnt und ein kleiner Schuss exotisch. So ein süßer Feuerzauber, mag er auch vom liebten Stift sein, kann für manchen Mann doch dann und wann ein ganz besonderes Stift sein. Ja, ich muss gestehen, bis die Frau modell, wie ein Bild ist anzusehen, kann mein Herz, Lelmi, Monden, Platin, Blonden und Portfoten, Tizian, Roten, nur sehr schwer am liebsten gar nicht widerstehen. Der Herrgott, der die Welt gemacht, die Frauen und das Geld gemacht, der sorgte, dass sie rund sind und alle dreifach spunt sind, damit man auch mal dann und wann und hier und da was wechseln kann, erfand er bei den Scheinen, die Großen und die Kleinen. Den Frauen aber schenkte er als höchste Gnade den Friseur, damit die Frau mit ihrem Mann auch gleich die Farbe wechseln kann. Eine kleine Platin, Blonde, eine kleine Tizian, Rote, bringen in die Liebe immer eine ganz besondere Note. Etwas raffiniert, etwas kompliziert und ein bisschen süre-rotisch, etwas stark betont, etwas ungewohnt und ein kleiner Schuss exotisch. So ein süßer Feuerzauber, mag er auch vom liebten Stift sein, kann für manchen Mann doch dann und wann ein ganz besonderes Gift sein. Ja, ich muss gestehen, ist die Frau modern, wie ein Bild ist anzusehen, kann mein Herz der Demi-Monten, Platin-Blonden und verbotenen Tizian-Roten nur sehr schwer vom liebsten gar nicht widerstehen.